guten morgen zusammen frühlingsanfang passend dazu habe ich heute blaustärchen im angebot frühlingsanfang übrigens bloß meteorologisch meteorologen sind ein bisschen faul weil sie eben rechnen müssen mit jahreszeiten auch haben sie sich gedacht wir fangen am ersten märz mit frühling an und irgendwie passt es ja auch weil so um anfang märz herum kommen ja auch immer die ersten blumen ein bisschen früher aber heute jedenfalls um dem meteorologischen frühlingsanfang gerecht zu werden habe ich mir gedacht gibt es blaustärchen und ich habe meinen 135 mm f2 dabei ohne geht es ja nicht ich habe mal 150 bis 600 mm dabei da will ich mal gucken ob ich vielleicht was mit 600 mm machen kann und ich habe mein gebraucht gekauftes 200 mm f2.8 von canon dabei das ich gestern schon mal verwendet habe und irgendwie nicht so ganz warm damit geworden bin also nicht falsch verstehen es ist ein super objektiv es ist scharf es macht auch irgendwie sonst so ein bisschen spaß in der verwendung aber ich glaube der abbildungsmaßstab ist mir dann doch ein bisschen zu klein also ich komme nicht so richtig nah ran nicht nah genug ganz nah will ich ja nicht und ich bin mir nicht so ganz sicher ob es von der brennweide her genug ist dass ich wirklich so denke ja das hat sich jetzt gelohnt statt 135 aus 200 zu verwenden oder ob da vielleicht doch ein bisschen mehr brennweide nicht besser wäre also 300 mm oder sowas ja ich habe noch ein paar tage bedenkzeit mal schauen vielleicht kommt ja heute die erleuchtung bevor es allerdings zum blaustärchen geht gibt es ein foto das ich vor kurzem noch gemacht habe von der gruppe schneeglöckchen bei der ich im letzten video war da war ich kurz danach noch mal so quasi fast schon in der nacht noch und habe die gruppe schneeglöckchen mit dem handy aufgehellt um so ein schön düsteres foto zu machen wo bloß die schneeglöckchen zu leuchten und der rest so im bräulichen noch verschwindet also damit erstmal viel spaß na das ist jetzt so ein bisschen blöd gelaufen also jetzt mein zeug ausgepackt habe habe ich gemerkt dass mein sigma mc 21 also der adapter von canon e 11 auf l mount zu hause ist an meinem 15 millimeter super weitwinkel ich vollidiot das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gewesen weil dadurch konnte ich von 135er und 200er nicht verwenden heute morgen und dementsprechend bin ich jetzt in meiner entscheidungsfindung auch nicht unbedingt weiter gekommen was das 200er betrifft aber ich habe ja zum glück 150 bis 600er dabei gehabt und habe dann einfach das verwendet um zu fotografieren ist eine ganz andere art so blumenfotos zu machen finde ich weil erstens mal das objektiv ein bisschen viel schwerer ist dementsprechend auch das am boden hantieren nicht ganz so leicht von der hand geht wie mit dem leichten 135er oder auch 200er und außerdem ist natürlich der abstand immer von der pflanze nehmen muss nehmen will wie auch immer deutlich größer wobei das mit dem abstand ja auch nicht wirklich ein problem ist ist ja nicht so als ob ich mit kürzeren brennweiden immer direkt an der pflanze kleben wird hängt ja auch ein bisschen davon ab wie klein die pflanze im bild sein soll das problem kann höchstens sein dass wenn zwischen pflanze und objektiv irgendwie dann zu viel grünzeug ist eine lange brennweide das verhindert dass man noch ein gutes foto machen kann und eine kürzere brennweide das noch ermöglicht da können 600 mm dann stören und 200 mm können gut sein kann allerdings natürlich auch genau anders drum sein dass mit 135 mm zum beispiel einfach noch der himmel oben ins bild guckt bei 600 mm ist davon eher nichts mehr zu sehen das war auch so ein bisschen der grund warum ich das 200 mm objektiv haben wollte einfach damit ich die möglichkeit habe ein bisschen weniger hintergrund zu haben als mit 135er und auch wenn ich nicht glaubt dass ich mit ein oder zweimal benutzen schon genau weiß ob das 200 mm im vergleich zum 135er das ist was ich mir darunter vorgestellt habe ich glaube mit tendenz wird schon anzeigen von daher hoffe ich einfach mal darauf dass es morgen genau wie gestern und heute einen sonnigen wolkenlosen sonnenaufgang gibt und ich morgen dann hoffentlich sowohl objektive als auch adapter dabei habe und dann mit den anderen objektiven fotografieren kann auch bis dahin allerdings hier die fotos die gestern und heute entstanden sind bis gleich so Amen. Guten Morgen wieder. Es ist wieder einigermaßen klar, bloß fast ganz klar. Da hinten sind so ein paar Wolken in Richtung Sonnenaufgang. Wobei die Sonne wahrscheinlich irgendwie ein bisschen recht weit links da aufgeht. Das heißt, das ist nicht ganz so schlimm. Vielleicht verpasse ich ein paar Sekunden, Minuten, Sonne, wie auch immer. Vielleicht das ganz tiefe Licht, also wenn die Sonne ganz tief steht. Aber mal schauen, nicht so schlimm. Wichtig ist vor allem, dass ich meinen Adapter dabei habe und meine beiden Objektive. Und falls die Sonne nicht mitmacht, ganz am Anfang ein Gegenlicht fotografieren, ein bisschen später macht auch Spaß. Gerade bei den Blauständchen macht es sich jetzt eigentlich auch immer ganz gut. Jetzt sollte ich aber erstmal zu den Blauständchen kommen. Da bin ich wieder. Ich glaube, die Wolken sind doch so ein ganz kleines bisschen doof für den Anfang. Aber halb so schlimm. Der Anfang wird jetzt sowieso eher daraus bestehen, dass ich vermutlich nicht allzu viel filme, weil ich einfach mit meinem 135er Blauständchen fotografieren will. Auf die Art, wie ich es immer mache, einfach bodennah und gucken, welche Pflanzen sich anbieten und gucken, welche Position die beste ist. Und gucken, wie groß ich sie im Bild haben will und die ganzen Sachen, die man halt beachten sollte, wenn man Blumen fotografiert. Und weil das ja am Anfang, wenn die Sonne aufgeht, immer so ein bisschen stressig ist, werde ich da jetzt nicht viel filmen. Aber danach werde ich mich dann mal dem 200er widmen und gucken, was ich damit machen kann. Ich mache das jetzt bei Blumen übrigens auch nicht anders, wie meistens, wenn ich Landschaften fotografiere. Ich habe mir jetzt hier unten einfach ein oder zwei Pflanzen ausgesucht, die ganz gut stehen und werde jetzt einfach mal warten, was gleich passiert. Und das passiert wirklich gleich. Da hinten kommt nämlich die Sonne jetzt über die Wolken, wenn die Sonne da ist und werde dann einfach ein bisschen hier variieren. Ich kann jetzt sowieso nicht wirklich viel machen, weil ich an die Wege gebunden bin und so hier am Rand, da geht es halt. Aber weiter innen, da wäre es wahrscheinlich vielleicht teilweise spannend. Da sieht man auch irgendwie ziemlich viele Blumen, aber da kann man halt nicht hingehen, was auch voll okay ist. Jedenfalls werde ich mal schauen, was die Sonne jetzt gleich mit meinen Pflanzen hier unten macht. Und dann vielleicht das ein oder andere Foto mit meinem 135er machen für den Anfang. Mal schauen. Im 135er soll es das jetzt gewesen sein. Es sieht so beim ersten Durchgucken am Kameradisplay eigentlich ganz gut aus. Das Licht hat dann doch noch mitgespielt. Ich werde es jetzt 200er drauf machen und euch so lange die Fotos zeigen, die bisher mit dem 135er entstanden sind. Viel Spaß damit! Dan scha odd. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Nun nutze ich doch mal kurz die Sonnenpause, versteckt sich gerade so ein bisschen hinter der Wolke. Zwei Dinge sind mir jetzt wieder aufgefallen am Objektiv, am Canon 200 mm. Erstens mal der schon erwähnte Abstand, der ein bisschen zu groß ist für meinen Geschmack, den man da einhalten muss. Also es ist gerade so an der Grenze, dass es eigentlich noch geht, aber man sich doch immer ein bisschen mehr wünschen wird, also eher weniger wünschen wird in dem Fall. Und dann der Fokusring ist so ein bisschen arg leichtgängig. Das macht es ein bisschen schwieriger, das manuelle Scharfstellen. Autofokus funktioniert übrigens nicht mit dem Adapter hier mit dem MC21. Also er macht irgendwas, aber er fokustet eindeutig nicht dorthin, wo das Fokusfeld ist. Also es ist im Endeffekt sowieso ein manuelles Fokusobjektiv, in dem Fall jetzt mit dem Adapter bei mir. Ist eigentlich nicht so störend. Bei den Fotos brauche ich sowieso keinen Autofokus, aber es ist halt auch ein Punkt, der vielleicht noch zusätzlich dazukommt zu den leichten Kritikpunkten an dem Objektiv. Ich tendiere jetzt wirklich dazu zu sagen, es ist ein super Objektiv, aber vielleicht nicht für das, was ich eigentlich damit machen will. Die Sonne scheint so keine Lust mehr zu haben aktuell, beziehungsweise scheinen eher ein paar Wolken da zu sein, die die Sonne ärgern wollen. Ich habe meine Sachen jetzt einfach weggepackt und beende den heutigen fotografischen Vormittag, morgen eher. Aber ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen, was das 200er betrifft. Es ist im Endeffekt einfach zu viel Kompromiss, um den doch nicht ganz günstigen Preis von 550 Euro, den es dann doch auch gebraucht kostet, zu rechtfertigen. Also zumindest für mich. Wenn es jetzt 200 Euro kosten wird, würde ich denken, okay, das behalte ich aber bei 550 Euro mit dem Makel, dass ich eine eigentlich zu hohe Nahgrenze habe und dann zusätzlich einen Autofokus nicht richtig verwenden kann. Was ja wie gesagt nicht wirklich schlimm ist, aber manchmal doch ganz praktisch wäre. Und dann noch der manuelle Fokusring, der so ein bisschen leichtgängig und vor allem im Bereich, wenn es nah geht, auch ein bisschen zu kurze Wege hat. Und es ist es mir, glaube ich, dann doch nicht wert. Also werde ich wohl einfach weitersuchen müssen. Mal schauen, was ich finde. Es gibt ja Massen von Objektiven. Und man kann ja zum Glück Massen von Objektiven auch adaptieren. Also gibt es gleich noch viel mehr Massen von Objektiven. Und dann, naja, es hat sich jedenfalls dann gelohnt, heute Morgen unterwegs zu sein, weil das wollte ich ja eigentlich rausfinden. Also das Objektiv ist zwar sicher super, aber für den Einsatzzweck, den ich dann habe, doch nicht ganz optimal. Ich zeige euch jetzt trotzdem noch die Fotos, die ich damit gemacht habe. Oder das Foto. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt gut geworden sind. Ihr werdet es gleich sehen. Vorher aber vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und sehen uns dann hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Also, macht's gut. Danke fürs Anschauen. Tschüss. Und jetzt noch das oder die Fotos. Und jetzt noch das oder die Fotos. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020